mein auto wer hat mein auto kaputt gemacht von euch man hallo wer war das das ist mein lieblingsauto aber können wir das nehmen ja danke ich wollte den eigentlich nicht fahren aber bad boys bad boys was he gonna do what's he gonna do when they come for you bad boys for life for life baby so oh nein es ist ein brand Jetzt ruft er mich auch noch an der Sosa, ich kann jetzt nicht. Warte mal. Kommen sie nicht? Warte, ich pack das Auto hier, steig aus, steig aus, steig aus. Komm, 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 komm. Und dann? Sipi! Sipi, was war das für ein Plan? Verpiss dich, verpiss dich. Ich kann jetzt so sein. Wir sind abgehauen mit dem Auto von denen. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht. Ja, ich... Renn weg, Mann, der Hubserver sieht dies. Bleib hier. Renn weg, ren weg. Der Helikopter ist auf uns, Mann. Du lässt das Auto hier stehen, jeder sieht, dass wir hier sind. Guck, der Hubserver ist auf uns. Sipi! 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 Der drängt sich. Was ist das Auto noch, weißt du das? Eigentlich so, ich weiß nicht, warum hast du das gemacht? Sipi! Ich hab gedacht, wir können uns einfach hindingsen und weg. Guck, die Hubserver, der weiß ganz genau, wo wir sind. Denk dich hin, mach hoch. Du, als würde es nicht gut gehen. Denk dich hin! Denk dich hin, du, als wärst du tot! Den leg es! Warte, jetzt kümmern wir uns um das. Oh Mann, Sipi! Hey Sipi, gehst du jetzt besser, Mann? Sie sind voll auf ihr festgenommen. Sipi, gehst du jetzt besser? Hallo! Entschuldigung, ich wollte mich nur um meinen Freund kümmern. Den gehst nicht so gut. So, bitte einmal hier rausgehen. Der hat in die Ecke gekotzt, Mann. Wir rufen gleich einen Rettungswagen für den. Soll ich gehen? Bitte einmal hier raus. Aber Sipi, gehst nicht gut, okay? Pass bitte ein bisschen auf mit dem. Ja, machen wir. Der hat Boss-Märzte, Mann. Ich kann hier einfach rausmachen. Bitte bleiben Sie nicht stehen. Ich dachte, ich komme weg. Fliegen kümmert ihr euch. Ich dachte, die lassen mich gehen. Ich hätte gerne einmal Ihren Ausweis. Ähm, Sie haben meine Hände. Ja. Welche Hosenverschlüssel, damit ich mit dir nehmen kann? Die Linke. Vielen Dank. Nicht so mittig, Mann. Weiter links, Mann. Was war denn der Fehler? Ähm, Sie sind Beschuldigte der eine oder mehrere Straftaten. Und zwar? Sie können sich zu dem Sachverhalt, ähm, Geiselnahme. Ich bin noch gar nichts damit zu tun gehabt. Es kam und zu dir explodieren. Negativ, keine Antwort. Ähm, Toni, Sipi, wo seid ihr? Äh, ups. Ähm, ich hab nichts mit dem Geiselnahme zu tun. Hallo. Warum sind Sie dann abgehauen? Äh, weil wir, wir waren doch fertig. Ähm, ähm, mit dem Ganzen. Ähm, ja. Ähm, ja. Wir haben das doch geklärt. Wir haben Soße beruhigt. Damit, damit... Ich weiß es nicht. Ich hab Soße beruhigt, damit der nicht die Geise tut. Und dann haben wir die Übergabe gemacht von der Geise und so weggefahren. Einer von uns. Wie bitte? Weil das sein Auto ist. Ach so. So. Was ist jetzt die Problem? Dagda, wir danken für 10 Gift, mein Freund. Kuss. Die sind alleine mit dem Fahrzeug gefahren? Ist? Nein, nein. Sipi ist auch hier. Gibt dann noch einer. Sipi ging's aber nicht gut. Der musste kotzen in die Ecke, Mann. Wo ist er denn jetzt? Sipi hat da hingekotzt. So. Sipi hat hier hingekotzt, Mann. Ja, wo ist er? Sipi. Sipi. Ich glaub das war die Taco, Mann. Nein. Also entweder geht's ihm echt scheiße. Weil die Kackwurz aber riesig. Ja, Thomas Müller. Moin. Ich weiß nicht, was der für nen Taco hatte, Mann. Hast du mit extra Saft genommen? Sipi? Habt ihr einen Medic gerufen? Nein, nein, nein. Müller? Nee. Ich glaub bei dem, ich hab nur ne Kackwurst hinten rausdrückt. Die ist ein bisschen zu dick. Guck mal, das steht auf dem Video. Brauchen Sie denn den Medic? Sollen wir den Medic verstellen? Ja, bitte. Okay. Tony hat mir mit dem Baseballschläger ein übergezogen. Hab ich's nicht, du Arschloch, Mann. Sie kann nicht raus, Tony. Das hast du geknett. Hab ich's nicht. Mein Handy. Mein Handy klebt in mein Handtun, Mann. Ja, okay, Sipi. Dann verratze hier, Arschloch. Du kommst mir so, ich wollte nur helfen, Mann. Du hast sie gekostet, ich meinte, okay, okay. Die verfolgen uns, aber okay, ich kümmere mich um dich. Ich hätte auch weiterfahren können. Du hast E-Sport einen übergezogen, deswegen kann ich nicht aus, der mein Kopf brennt. Ich brauche unbedingt die RTW und muss ins Krankenhaus. Boah, ich weiß nicht, was der ist. Wer meint das denn? Okay, frag mal wieder. Ja. Ja, unsere Kollegen haben da noch was Interessantes festgestellt. Und zwar? Wir haben noch zwei offene Fahndungen. Ich? Ja, Sie. Womit denn bitte? Das können die Kollegen. Die haben das gemacht. Was ist los? Ja, wie ist das los? Was? Mit wem? Mit einem Lappen besitzt haben Sie noch eine offene Fahndung. Und die Geiselnahme auch noch. Wieso? Geiselnahme? Ich war nicht bei der Geiselnahme beteiligt. Können Sie Ihr Handy kurz wegpacken? Das geht nicht, sorry, das klebt fest. Und dann versuchen Sie mal, das nochmal an und aus zu machen. Ja, der auch Restart klappt nicht. Auch nicht? Nein, nein. Und die Hände hochheben bringt auch nichts? Kann ich nicht, ich glaube ich bin gefesselt, ich weiß nicht. Was ist denn, hat den jemand von euch gefesselt hier? Nein. Doch, doch. Ich weiß aber nicht, ob die ab ist. Guck mal nach. Ah, jetzt ist es gefesselt? Ja, okay. Jetzt steht da, ich bin... Ja, jetzt geht es auch. Alles klar. Ja, dafür müssten wir Sie aber auch einmal gleich mitnehmen, ne? Wegen Sachverhalt. Wieso? Ja, weil Sie zwei offene Fahndungen haben. Der Herr. Ich war doch da für so ein Knast damals. Jungs, gleich. Oder ist das von heute? Vielleicht das einmal bitte ab mit der Fahndung und mit dem D-Funk, ob der schon abgesessen hat. Von heute? Ne, ich weiß es nicht. Die Kollegen haben das rausgefunden. Welche Lügner war das? Ich prüf das schnell mal. Wird kurz geprüft. Okay. Jetzt wenigstens die Knack, man. Und wie ist jetzt Ihr Kollege da umgekippt? Der hat Bausmerzeln. Ich glaub wegen Taco. Da musst du auf einmal kotzen. Der meinte, Toni, ich muss raus, ich muss raus. Ich meinte, nein, nein, wir fahren weiter, Mann. Bist du verrückt? Und dann meinte ich, okay, Mann, dann hilf ich dir halt. Dann hat er in die Ecke gekotzt und dann... Ja, da haben wir da gewartet. Wer ist dein Kollege? Wer es ist? Ne, der Kollege, der da liegt. Wie heißt er denn? Zippy. Zippy, ah, okay. Weiter? Mach die Gute. Ähm. Irgendwas mit. Ähm. Ich weiß nicht, Mann. Okay, dann müssen wir den gleich mal fragen, wenn die Medics da mit einverschotten sind und ihm soweit gut geht. Ähm. Ja. Ah. Toast. Bitte. Ist das Toast? Ähm. Sieht nicht so aus. Doch. So? Ja, ich kann mal mit ihm. Ne, ist es doch nicht. Oh, Mann. Dann hat er auch nichts zu sagen. Nö. Sagen, die Kollegen klären das, äh, gleichen das kurz ab und wenn das alles in Ordnung ist, dann... Ja, ja. Da ist alles in Ordnung. Die zwei Fahndungen wurden noch nicht abgeasessen. Das kann nicht sein. Wurden nicht abgesessen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich war in die Knack. Na, da kommen sie einfach gleich mit und dann klären wir das auf der Dienststelle, ne? Okay. Mit wem muss ich das denn klären, Mann? Ihr habt so viele Neue, die sagen einfach, ich war nicht da. Ich bin nicht der Neue. So. Dann schauen wir uns das gleich nochmal gemeinsam an. Okay. Es war die letzte Zeit viel in Urlaub und so. Ich weiß nicht sowas. Ja, wir schauen uns das gleich an. Yeah. Mein Freund Sipi hat Bausmerzen. Der lügt, Mann. Mann der ist fast tried. Der ist fast tried. Sie kommen nicht zu oben? Stell vor ich glaub, die wird mich nicht mehr... Ja, 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 alles gut. Ich glaube, das war ein Jahr. Ja, ich glaube auch. So, an die Kollegen. So ein Ding von innen. Jetzt guck mich nur hier drinnen an. Gefällt es ihnen? 1, 2, 3, 4 Plätze und in die Mitte kommt jetzt Chaga. Gibt es ja auch Musik drin? Ich glaube nicht. Ich würde sie auch eher bei Medik sehen als hier. Als was? Ich bin nicht illegal. Ich habe gar nichts gemacht heute. Sie haben eine offene Verhandlung, habe ich gehört. Aber ich habe nichts gemacht, man. Das ist Kologen. Achtung, darf ich einmal bitte? Jo, ich würde. Ey Sippy, fit dich mal. Sippy. Toni, komm bitte mit einfach. Kann der Toni mich bitte begleiten? Ich brauche hinten. Ich muss den begleiten. Ja, dann steigen Sie bitte hinten ein. Werte Kollegen, sind Sie hier mit dem Mann mit dem Roten? Oh. Ich wollte hinten einsteigen. Hey. Sie kommen mit rein. Oh. 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 Ich wollte das so nicht mal machen mal. Pick mal! Nein, der Weg kommt jetzt los. Ja. Kannst du denn sein? Ich wollte einmal das tragen, Stippy. Kann der Toni jetzt irgendwie die Brüder hinein oder nicht? Ja, kann ich sie bitte einsteigen irgendwie? Moment. Warte nur plötzlich. Ah, ist hier die Tür? Alles klar, weiß wahrscheinlich. Hier rein. Wo ist denn die Tür hier, Medik? Dass ich hinten rein kann? BVER-Fahrer Seite einen Meter zurück. Da ist die Tür. ok abfahrt abfahrt ok abfahrt und markierst du dir noch eben das ist eine lüge man das wollen wir jetzt klären der herr würden sie einmal bitte dann aussteigen Sipi gießen ist gut Sipi du schaffst das ok komm wieder auf die beine mal